Du willst mich rauswerfen? Ich lasse den Griff nicht los, bis die Couch wieder dasteht. Ich bräuchte ne Couch für heute. Nicole! Altes Haus! Helge, na? Wir waren mal zusammen aus, ja, weißt du, die Krankenschwester? Wartet. Wirst du auch eine? Nein, dafür bin ich noch viel zu jung. Marcel sagt, dass du meine Mutter bist. Und wenn? Glaubst du dich auch, dass du es ein bisschen verkackt hast? Hm. So, insgesamt mit mir. Weißt du, manche Elternteile kommen so spät von der Arbeit, dass sie gerade noch die Zeit haben, ihrem Kind einmal über den Kopf zu streicheln. Ich würde mich jetzt gerne hier einfach nehmen, mich auch einfach schon bedienen lassen. Also, du kannst du gemeinsam mit der Arbeit dabei �otieren. Musik Musik Musik